Aber wenn die KI jetzt zu dämlich ist, diesen Graben einzunehmen. Oh, mit Mühe und Not. Mit dem letzten Ap. Ah, mein Graben! Oh, neun Sekunden vorm Ende! Oh, Gott. Mann, 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 haben die spannend gemacht. Ei, ei, ei. Ja, la, 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 la. Hört das heute noch was, oder? Ne, da gucken wir jetzt nicht die Stunde zu. Ja, ich gebe auf. Hab gewonnen. Neun Sekunden vorm Ende. Oh, 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 oh. Meine erste richtige Niederlage. Das als Verteidiger. Katastrophale Niederlage. Also so schlimm fand ich es jetzt auch nicht. So schlimm war es jetzt auch nicht, oder? Ach, schön. So, äh, oh Gott. Wir brauchen hier Verstärkung. Wir holen hier einen Panzer hin. Zur Verstärkung. Greifen wir jetzt nochmal an. Das dauert dann wieder so lange. Da müssen wir wieder das ganze Doppel. Die Panzers stehen da. Wir haben noch zwei Forschungsdinger. Dann, äh, würde ich ganz gerne ein bisschen regionale Aufklärung betreiben. Und dann Richtung Forschung durchrücken. Ja, Heeresaufklärung. Ich würde gerne mal Heeresaufklärung betreiben. Ach ja, ich habe ja kein Geld. Ja, das ist echt ärgerlich. Aber so schlimm ist das doch nicht. Bereit machen. Wir haben neue Befehle. Warten auf Befehle. So, ihr habt jetzt einen Panzer hier noch mit zur Unterstützung bekommen. Und, äh, ansonsten habt ihr da nichts. Das ist nicht wirklich viel. Nichts ist meistens etwas wenig. Ähm, ihr behaltet da noch einen Flieger und sonst noch was. Können wir irgendwo noch einen abziehen? Na, ihr habt hier überall Nachschubboxen. Ihr seid hier überall gut aufgestellt. Da könnten wir noch einen entbehren. Der würde hier an die Front verlagert werden. Weil die haben alle Nachschubposten. Das heißt, das kommen wir ganz gut klar. Auch hier. Hier sind wir sehr schwach besetzt. Hier geht's wieder. Jetzt verstärken wir jetzt hier die Front. Und, hier stehen vier, da stehen drei, da stehen drei. Ja, wir könnten theoretisch einen noch abziehen. Unterstützungspanzer. Ansonsten normale Infanterie, Flieger, Artillerie. Bereit für Befehle. Wenn ihr Streit sucht. Könnt ihr jetzt welchen haben. Na, loskommt. Sie wollen's jetzt wissen. Diesmal haben wir aber einen Panzer da. Diesmal haben wir noch einen Panzer. Aber kein Nachschubabteilung. Das heißt, wir brauchen eine Artillerie, definitiv. Frage ist, ob wir uns wieder rechts unten verschanzen. Schwierige Frage. Holen wir die Panzer gleich mit aufs Feld? Hätte den Vorteil, dass sie weniger kosten. Holen wir die als Joker, können wir die gezielt nochmal als Gegenangriff einsetzen. Schwierig. Sind hier echt Gräben kaputt gegangen? Das ist echt schlecht. Ist ja fast alles hin. Ich korrigiere, hier ist ja alles hin. Ach, die werden überlaufen und dann kann ich hier nicht mehr. Das ist ja, das ist ja furchtbar. Meine guten Gräben. Die waren teuer. Die alle neu aufzubauen, das ist schon ziemlich bitter. Vor allen Dingen, das kostet wieder Nachschub ohne Entne. Naja, wir können sie jetzt ein bisschen näher ranlegen. Frage ist, ob das Sinn macht. Legen wir die in eine Linie. Noch meinen Bunker kaputt gemacht? Ja. Nett ist das ja nicht. So, die Linie steht. So, die Linie steht. Man könnte hier zwischen noch einsetzen. Das ist aber auch nicht unbedingt das Geilste. Die Rundumverteidigung, die war schon cool. Bloß das Problem ist, wir können uns den ganzen Quark gerade nicht leisten. So, die Verteidigung muss auf jeden Fall stehen. Lassen wir echt hier eine Lücke? Ja, würde ich jetzt erst mal so behaupten. Stellen wir hier noch einen Graben wieder auf. Wollen wir hier noch Stacheldraht platzieren? Ne, dafür haben wir nicht genügend Geld. Was, was? Verstärkung macht Meldung. Geht weg. Verstärkung bereit. Alle waren drin in den Graben. Wir werden eingetroffen und warten auf Befehle. Hier muss auf jeden Fall noch einer hin. Die Gräbenzugänge werden noch gemacht. Vor allem von hier. Ja, warum werden die nicht unbedingt? Hier werden die schon ganz sexy. Gut, wie verteidigen wir das? Dreier Linienverteidigung. Alles, was wir in Bobs erst mal haben. Wo stellen wir den Panzer auf? Wollen wir die Ecke als Überraschung verteidigen? Haben wir denn hier einen Panzer? Wir könnten auch einen Flakpanzer aufstellen. Der ist aber nur gegen Flieger gerichtet. Das ist zwar ganz cool, aber... Wenn wir hier einen Flakpanzer aufstellen. Sind wir dann weit weg von allem? Wenn, dann würden wir hier in die Ecke reingehen. Da müssten wir Ruhe haben. Vor Artillerie. Sturm-Panzer-Verstärkung macht Meldung. Flugabwehr-Verstärkung bereit. Na gut. Verstärkung bereit. Wir sind eingetroffen und warten auf Befehle. Wir kommen wohl zu spät zur Party. Melde mich zum Dienst. Verstärkung macht Meldung. Verstärkung bereit. Wir sind eingetroffen und warten auf Befehle. Wir könnten einen Mg aufstellen, aber wir wissen alle, dass das nicht viel bringt. Obwohl, wenn wir das als letztes Deckungs-Mg hinten nehmen... ...kriegt das nicht viel. Schwerer Artillerie. Was wir hier hinsetzen, können wir noch... ...Y beschießen. Natürlich, genau falsch rum. Ja, das wäre jetzt echt lustig gewesen. So, ähm... Hier setzen wir noch einen Graben. Den setzen wir auch noch. Falls wir hier doch nochmal irgendwie versuchen durchzukommen. Gut, wir haben Artillerie. Wir haben jetzt alles aufgestellt. Wie viel Nachschub haben wir noch? Jetzt! Konzentration. Es geht ums Ganze. Jetzt wollen sie es nochmal wissen. Dann lassen wir mal kommen. Flugabwehrpanzer? Was soll denn das hier überhaupt für ein Modell sein? Schlagpanzer, sowas gab es doch gar nicht. So ein Unsinn. Aber witzig sieht es da aus. Befehle gehen ein. Wir brechen auf. Los geht's. Setzt sie unter Dampf. Gut. Die letzten Joker. Befehle gehen ein. Fahrwärts. Hier sind wir absolut minimal verteidigt. Ist da jetzt noch Stacheldraht? Ne, das ist nur ein Bug, dass das da angezeigt wird. Interessant. So einfach nur auch nicht, ne? Nur weil es Hobby-Truppen sind, da ist es noch lange nicht, dass ihr die hier nicht kriegt. Also das ist hier. Das ist hier ein Spaziergang. Okay, so viel dazu. Gut. Soll ich euch gleich hinten reinstellen? Kein Problem. Wenn ihr meint, ihr wollt da über die Linie angreifen, bitte sehr, könnt ihr gerne probieren. Rüber. Gelände verteidigt. Wir sind eingetroffen und warten auf Befehle. Gut, jetzt haben wir wenigstens eine zusammenhängende Frontlinie. Na, dann kommt mal. Wir haben ja noch eine kleine Überraschung zu stehen. Zur Not sind wir mit dem Panzer noch immer in der Lage, einen Gegenangriff durchzuführen. Zwar haben wir nur 300 Nachschub, aber das könnte trotzdem reichen. Bereit für Befehl zu dieser Position vor. Jetzt haben wir hier einen Flakpanzer zu stehen, aber so richtig zum Einsatz kommt der nicht, ne? Bereit. Ah, kommt doch, kommt doch, kommt doch, okay, genau. So, Feuer. Noch zurückhalten. Das sind drei Stück. Kein Flieger, aber einen dicken Schlagplatz auf dem Feld. Das ist immer toll. Wenn der rüberkommt, knall ihm eine rein. Feuer! Lauf! Setz dich unter Dampf! Unser Ziel steht fest! Vorwärts! Rück zu dieser Position vor! Durchrücken! Wir haben nämlich geschossen und gejagt. Oh, immer einer rein! Soviel dazu, das ging ja richtig gut, und zwar richtig gar nicht. Ja, wir haben keinen Flieger, also können wir den Flakpanzer nach Hause schicken. Zurück nach hinten! Einen können wir noch holen. Und erwarten Befehle. Warten auf Befehle. Auf der Feuerstufe bereit machen! Recht unter euch! Mitte wird überrannt. Hier ist der Panzer da. Wenn du dem jetzt, wenn dir nicht einer reinhaust, dann haben wir ein echtes Problem miteinander. Mach ihn fertig. So, den haben wir. Jetzt den zweiten hinterher. Vorwärts! Wir sind verloren! Rück zu dieser Position vor! Bereit machen! In Stellung geht! Achtung! Bereit an der Linie! Verstärkung bereit! Die Stellung wird hier noch gehalten. Wir sind eingetroffen und warten auf Befehle. Ist zwar nur minimal besetzt, aber die steht. Das ist zu viel! Rück zu! Wir haben neue Befehle! An die Linie! Wir kommen wohl zu spät zur Party! Warte auf Befehle! Zurück nach hinten! Wir haben neue Befehle! Feuerstellung einnehmen! Schönen wieder verteilen. Positionen Korbe einlassen für Feuerwehr zu prüfen! Direkt umgedreht! Ich sage, ja, mit Abteilung kriegen wir nicht so einfach. 160, noch 13 Minuten. Befehle! Befehle durch! Unser Ziel steht fest! Rück zu dieser Befehle! Äh, irgendwie. Wenn ich da einen Hit abkriege. Von den dicken Charbet-Danzern hier. Mark irgendwas. Mark 4. Dann ist, äh, Feierabend bei mir. Ist ja total unlustig. Wir könnten hier einen gegen Infanterie einsetzen. Ah, dann haben wir keines... Keine Ressourcen mehr. Ich hab' mir zwei Panzer eingesetzt. Mehr ist nicht drin. Feuer! Schieß mit der Artillerie! Haltet mal ein bisschen was rein da! Jetzt der Verteidigungslinie wird schon mal aufgefüllt hier. Melde mich zum Dienst! Verstärkung macht Meldung! Zurück nach hinten! Verstärkung bereit! Bereit machen! Auf der Feuerstufe bereit machen! Vorne durchlaufen, halten! Einen Panzer macht gleich Feierabend! Kann ich ewig halten! Wir haben neue Befehle! Wir haben neue Befehle! Wir haben neue Befehle! Bereit an die Linie! Warten auf Befehle! An die Linie! Dreck ist es. So viele Leute haben wir noch. Und was das letzte ist, was wir tun. Aber diesen Punkt kriegt ihr nicht. Da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Noch 100 Nachschub. Panzer halten schließlich ewig. Langsam aber gezielt durchrücken. Aber wollen wir denn hin? Schießt du mal, danke! Vielleicht kriegen wir ja den zweiten Panzer noch irgendwie ein bisschen abrasiert. Die fahren da genau durch den Beschussgebiet und irgendwie macht das überhaupt keinen Spaß. Wir haben neue Befehle! Rücken wir durch! Rücken wir durch! Keine Art der Überschuss hier. Auch die Position. Punkte werden grandios hier noch gehalten. Wir sind eingetroffen und warten auf Befehle. Zurück nach hinten! Der Tier kommt da durch. Wir kommen wohl zu spät. Das wäre voll witzig. Rücken wir durch! Warum da Artillerie? Da ist doch gar keiner. Wir haben neue Befehle! Die drei sollen sich jetzt mal durchschleichen. Vielleicht kommt die hier in die Gräben noch ein. Wir halten hier! Bereit für Feuerbefehle! Gerade im Finale! Feuer, weise Feuer! Hier! Lauf! Halt mal rein da! Huff, jawoll! Wir sind verloren! Wir haben neue Befehle! Die Ameisen! Warten auf Befehle! Auf der Feuerstufe bereit machen! Kipp mal durch! Vergiss es, den Hauptgraben kriegst du nicht! Melde mich zum Dienst! Wir haben neue Befehle! Bezuhren der Linie! Wo wollt ihr denn hin? Haltet die Fahne hoch, Joll! Nix ist! Warten auf Befehle! Feuerstuhren einnehmen! Lass mal rein in den Graben! Einen Panzer haben wir noch! Brrrr! Verstärkung macht Meldung! Bereit machen! Auf der Feuerstufe bereit machen! Achtung! Rettet euch! Verstärkung bereit! Ich hab noch! Ja, und X ist immer noch gut verteidigt! Könnt mich mal! Diesmal nicht! Positionen vorbereiten! Der war noch irgendwo so ein schwuler Panzer! Ja! Schwuler Panzer! Homo Artillerie! Los! Ach, die Drecksacke fertig! Durchrücken! Das Gelände wird verteidigt! Noch 8 Minuten! Was sind wir denn hier? Alles gebackt, aber gehalten wird das trotzdem! Nachschub nahezu auf... Warten auf Befehle! Wir können noch einmal Artillerie machen! Jetzt kämpft er da hinten und schießt! Los, komm ein Stück näher ran! Traust du dich nicht mehr? Hm? Seid bereit, Jungs! Komm an die Daten für Feuerweiten ein! Jawoll! Hau die weg! Hättest du auch auf dem Panzer machen können, aber der fährt dann nur noch im Kreis! Aber das sind zwei Elite-Infanterien, die können auch ruhig noch auf den Sack verkommen! Da werden wir den Graben noch bauen müssen! Na, können wir beim nächsten Mal nachholen! Na, was ist los? Könnt ihr nicht mehr? Wollt ihr nicht mehr? Das selbe Taktik, wie ich immer mache hier! Über Außen kommen und hoffen, dass ihr damit durchkommt! Achtung! Wir haben neue Befehle! Nachrücken! Wir haben neue Befehle! Kommen jetzt wirklich sehr, sehr gut hier und wollen den Hauptgraben haben! Unbedingt! Stellung halten! Die müssen kommen! Lass sie kommen! Wollt ihr wieder hinten rein? Ja, ihr wollt wieder hinten meinen Hauptgraben! Anrücken! Diesen letzten Graben verteidigen! Koste es, was es wolle! Wir sind verloren! Wahnsinn, die werden hier wegbombardiert, Junge! Ja, wow! Ihr zieht euch zurück! Schafft ihr das noch? Ihr schafft das, ne? Ihr schafft das! Auf der Feuerstufe bereit machen! Vordersten Graben, lasst den Panzer da ruhig kreisen, was wir dann machen! Weißt du, dann steht hier als Mission, ich muss die Mark 1 Panzer, und dann kriege ich hier nur die großen Mark 4, ne? Ist ja furchtbar! Achtung! Könntest du es jetzt nicht einfach in den Graben? Einfach hinsetzen, oder lass ich hier schießen? Kriegt ihr auch ganz toll? Nach fünf Minuten Noch ein Angriff auf den Hauptgraben überleben wir nicht, jedenfalls nicht mit den Truppen, die wir da haben Wir haben neue Befehle, wir haben neue Befehle, wir können die zurückziehen, wir können noch die zurückziehen Ja, die will ich nicht zurückziehen Können wir die Artele zurückkriegen, zurückziehen, kriege ich dann Der hat nichts mehr, der fährt ja nur noch im Kreis, der weiß nicht wohin Die Hälfte der kleinen Truppe hier Schießen den Panzer über den Haufen Puff Irgendwie ist hier gerade alles gebackt Wahrscheinlich, weil ich hier Graben auf Graben irgendwie ganz komisch, naja Egal Wir haben neue Befehle Wir haben neue Befehle Hätten wir nach vorne Artillerieabfangen Okay, vergiss es Keine Artillerieabfangen Oh man, das wird ja zu unlustig Wieso macht ihr eigentlich hier Artillerie und kommt von hier, das verstehe ich nicht Aber okay Letzte Verteidigungslinie hier Ich krieg das Gelände nicht, vergiss es Nein, 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 nein Okay, jetzt wollen wir es hier nochmal wissen, na gut Hier steht noch genug Drei Minuten noch Ich muss sagen, ja, jetzt wird es interessant Mit den Panzern und so Und jetzt mit wenig Ressourcen Haben die tatsächlich mal Chancen hier irgendwas zu gewinnen Hier steht so halb im Graben, auch nicht schlecht Zwei Minuten noch Och nö, ich höre schon wieder ein Panzer Oder ist das der? Aber der ist doch kaputt Es wird eigentlich nichts mehr Wir müssen einfach nur noch alle Truppen nehmen, die sie haben und hier versammeln Das schaffe ich nicht aufzuhalten, selbst ohne Artillerie Ja, es ist nicht zu halten Alles was von hier angerückt, das ist, das war's So, wenn jetzt keine Artillerie kommt, haben wir vielleicht nochmal Chancen Die über den Haufen zu schießen 38 Sekunden Rein da Scheiß drauf, hinter Ja Ja Verluste aufgefahren, die Jungs da drüben Das macht nichts Und wieder sind wir drei Schritte näher am Endsieg Hier ist doch alles wunderbar Ja, haben wir ein bisschen zu leicht genommen, die ganze Nummer heute Aber Fakt ist, wir müssen oben nochmal angreifen Hier wird die Stellung weiterhin gehalten Sollten wir jetzt doch nochmal verstärken Wir haben neue Befehle Vor allen Dingen, wenn wir jetzt hier Öfter angegriffen werden Und eine Truppe Eine Runde müssen wir hier mit den Truppen noch durchhalten Erst dann können wir wieder was bauen Aber wenn wir dann hier Nachschubposten haben Dann ist die Welt in Ordnung So lange bleiben wir jetzt erstmal hier stehen Bewegen uns nicht Und ja, wir müssen da nochmal von vorne angreifen So ein Ärgernis Aber ist mir egal Wir können auch erstmal nochmal eine Runde Pause machen Weil wir haben kein Geld Das ist nicht so schön